Was geht, werte Ladies and Gentlemen, mein Name ist Hank Porsche von diesem Kanal hier und von HHS Media. Ja, die 100 Abonnentenmarke haben wir geknackt. Wir haben jetzt aktuell 108 Abonnenten. Am Samstag, 24. Februar um 13.20 Uhr haben wir jetzt die 100 Abonnentenmarke geknackt. Und zwar haben wir mittlerweile 108 Abonnenten, um genau zu sein. Hiermit will ich mich erstmal herzlich bei euch bedanken, dafür, dass ich in der kurzen Zeit, in den kurzen drei Monaten... Ja, nächster Schritt ist natürlich die 500, die 1000 und dann das große Ziel, die 100.000 und nachher vielleicht sogar eine Million. Haben wir jetzt erstmal diese kleine Stufe auf dieser großen Treppe geschafft. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, ja, wie sieht's da aus, 100 Abonnenten-Special. Ja, kann ich direkt beantworten. Wird es geben? Frage Nummer 2. Was hab ich mir überlegt, was wird kommen als 100 Abonnenten-Special? Kann ich auch ganz einfach beantworten. Ich hab keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich als 100 Abonnenten-Special machen kann. Die Sache ist die, wir haben zur Zeit so viele Projekte offen, sehr viele coole Projekte, die halt auch euch betreffen, weil wir produzieren Content für euch. Wir machen ein ganzes hier für euch, deswegen bedanke ich mich auch bei euch, weil ohne euch hätte ich keine 100 Abonnenten. Wenn ihr meinen Scheiß nicht gucken würdet und mich abonnieren würdet, dann wäre ich nicht bei 100 Abonnenten. Ja, also, deswegen. Es wird Content dabei sein, der wird für viele von euch interessant sein. Ja, und es wird Content dabei sein, der wird für einige nicht interessant sein. Aber dafür wiederum Content dabei sein, der für die interessant ist, für die die anderen Sachen nicht interessant ist. Also es wird auf jeden Fall für jeden was dabei sein. Der Deckett und ich arbeiten da auf jeden Fall auf Hochtouren an richtig coolen Sachen. Und richtig geile Produktion auf jeden Fall. Und damit geht auf jeden Fall auch nochmal ein riesen Dankeschön an den lieben Deckett raus. Weil ohne ihn würde ich nämlich auch nicht stehen. Und unsere anderen Freunde und Unterstützer natürlich auch. Die jetzt natürlich spenden ab zu nennen, wäre ein bisschen lang. Deswegen stehen alle einzeln nochmal unten in der Beschreibung, in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall, wenn der Deckett nicht wäre, wäre ich jetzt auch nicht bei 100 Abonnenten. Weil er und ich machen sehr, sehr viel zusammen. Ich unterstütze seinen Kanal, er unterstützt meinen Kanal. Und wir pushen uns einfach gegenseitig halt hoch. Unsere Kanäle hochpushen, arbeiten an unserem gemeinsamen Projekt, haben unsere eigene Firma, die wir am aufbauen sind und mit der wir sehr, sehr viel coolen Content für euch produzieren werden. Egal ob es jetzt im Videobereich ist oder ob es im Musikbereich sein wird, Musikvideobereich sein wird oder verschiedene andere Projekte, die da auf uns zukommen, auf die ihr Bock habt, die ihr, wo ihr sagt, ja da hätte ich Bock drauf, das möchte ich machen, können wir da irgendwas machen. Also da könnt ihr auch ruhig einfach auf uns zukommen und dann könnte man da halt schon drüber sprechen und gucken, ob man da was klar machen kann. Übertragungen werden weiterhin folgen von Gran Turismo, nur aufgrund, dass ich erkält gewesen bin, was man jetzt immer noch so ein bisschen raus hört, war das so ein bisschen schwierig die letzten Tage. Die Audi-Folgen werden auch weiter folgen, die Berlin-Folgen werden weiter folgen, YouTube hatte da ein bisschen Probleme mit dem Upload und meine Festplatte ist kaputt gegangen und deswegen war alles weg, muss ich das alles nochmal neu schneiden und deswegen wird das jetzt so in der nächsten Zeit alles so pöpöpö kommen. Folge 3, 4 und 5 von Berlin werden jetzt in den nächsten Wochen online kommen. Ich hab's jetzt gerade fertig geschnitten. Genau und damit nochmal herzliches Dankeschön an dich, David. Ja, ich hab ja gesagt, das 100 Abonnenten-Special, ihr könnt euch aussuchen, was kommen soll. Deswegen schreibt mir einfach mal unten in die Kommentare rein, was ihr gerne haben wollt als 100 Abonnenten-Special. Ich geb dem Ganzen 1-2 Wochen Zeit so, dass ihr mal alles so reinschreiben könnt, was ihr so an Ideen habt, weil ich hab wirklich absolut gerade keine Ahnung, was man als 100 Abonnenten-Special machen kann. Was Großes, was Kleines, ich weiß es nicht. Also schreibt das einfach mal in die Kommentare runter und dann wird in 1-2 Wochen, kommt dann auch mal so ein kleines Video dazu, starten wir auch nochmal schnell eine Umfrage damit, mit drei Sachen, die ich dann raussuche, die uns sehr gut gefallen haben, die mir sehr gut gefallen haben und die euch halt auch sehr gut gefallen haben. Dann könnt ihr halt einfach aus diesen drei Optionen, die halt dann da stehen, könnt ihr halt dann raussuchen, was dann halt da kommen soll. Und dann produzieren wir das und dann kommt das hier auch online für euch. Der Content hier wird weiterhin für euch natürlich kostenlos bleiben. Also, wir werden nicht auf den Zug aufspringen mit kostenpflichtigem Abo. Könnt weiterhin kostenlos abonnieren, weiterhin kostenlos die Sachen gucken. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, dann könnt ihr das jetzt hier unten machen. Einfach mal auf den Abo-Button drücken und natürlich die Glocke nicht vergessen zu drücken, weil dann verpasst ihr nämlich nichts mehr an Videos, die noch kommen. Ob es jetzt von Gran Turismo ist, ob es jetzt vom Farming Simulator ist, ob es jetzt die Berlin-Folgen sind, ob es jetzt Gran Turismo Tutorials sind, oder ob es Musikvideos sind, die jetzt endlich stimmlinks erscheinen werden. Oder mein langer Sehntes Album, was kommen wird. Es sind noch Verhoftunen dabei, es sind in den letzten Phasen, die Musikvideos werden noch gedreht und dann wird es hier online kommen. Werde ich die ersten Singles veröffentlichen und dann peu a peu auch das Album erscheinen. Es wird definitiv ein kleines Snippet geben, aus dem Album natürlich. Die Frage ist es nur, wie mache ich das am besten und wann natürlich. Ist auf jeden Fall in Arbeit, ist in der Überlegung, ist in der Planung, ist in dem Schreiben. Dann habe ich übrigens noch eine Frage an euch. Und zwar, was würdet ihr euch wünschen, was hier noch kommen soll, was wir noch machen können. Also Ideen für, sagen wir mal, Miniserien, Code-Filme, Spiele, also Games. Was können wir noch für euch machen? Was würdet ihr euch noch wünschen, was wir machen können? Wir haben ein paar Ideen, nur wissen wir natürlich nicht, ob die wirklich bei euch ankommen. Weil wir machen das für euch, aber auf der anderen Seite machen wir das halt auch für uns. Weil wir da Bock drauf haben, weil wir da Spaß dran haben, das zu machen. Und die einen oder anderen, die feiern das, die anderen feiern das halt nicht. Und die, die das feiern, für die ist es ja im Prinzip dann ja auch. Und darauf bauen wir natürlich dann auch auf und können uns dann halt weiterentwickeln. Von daher würde ich mich wirklich darüber freuen, wenn ihr uns einfach wirklich mal unter jedem Video, was halt gekommen ist, was noch kommt, einfach mal ein Like da lasst, ein Dislike da lasst. Dementsprechend, wie es euch gefallen hat und dann mal wirklich unten in die Kommentare schreibt, ob es euch gefallen hat und was euch gefallen hat und was man hätte noch besser machen können. Einfach mal wirklich so ein kleines Feedback dann geben. Ja, genauso wie bei dem Video auch, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt mir in die Kommentare, worauf ihr Bock habt, was als Abonnenten-Special kommen soll. Schreibt mir in die Kommentare, worauf ihr Bock habt, was wir hier noch auf dem Kanal machen können. Was ihr euch doch wünschen würdet, was man halt großartig machen könnt. Wenn ihr Ideen habt, die ihr selber verwirklichen wollt, schreibt mir einfach mal eine Nachricht, ja, dann setze ich mich mit euch in Verbindung. Dann können wir da mal cool drüber quatschen und uns das Ganze so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, was man da machen kann, wie man das Ganze verwirklichen kann. Ja, und hier unten könnt ihr auch noch kostenlos abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr es jetzt tun und nicht vergessen die Glocke zu drücken, weil dann verpasst ihr nämlich keinen neuen Reupload mehr. Damit bedanke ich mich nochmal für 108 Abonnenten, die wir jetzt endlich geschafft haben und sage Tschau und haut raus!